Unten rechts an dem runden Ding hier, bitte schneller drehen. Ja, sensationelle Neuigkeit. RTL West, ein Kommentar auf RTL West, widerspricht im Prinzip allen Maßnahmen. Und das finden Sie natürlich wie immer bei den besten Sender News und Talks in der Playlist 4 am Ende. So, dann finden Sie auch in der Playlist 4 am Ende bei News und Talks von Professor Back, die als er jünger war, eine tolle Sendung von der Uni Mainz, wo er sich eben auch, so wie Dr. Wodak ja, so als linker SPDler, Pharmakonzern kritisch ist sozusagen und war, erweist sich auch, Professor Bhakti, als vernünftiger, bodenständiger Linker, der eben zu einer Industriekritik fähig ist und zu einer Wissenschaftskritik zugleich. Also er ist eigentlich den Next Scientist for Future extrem ähnlich. Schade, dass es mir nicht gelungen ist, seine Frau, Dr. Reis, und ihn telefonisch zu überzeugen, dass sie doch als Kanzlerkandidaten fungieren sollten. Ja, dann haben wir heute Abend den Kongress, auf dem ja schon Samuel Eckert gesprochen hat, wo auch Professor Bhakti dazu angemeldet war, der sogenannte Wahrheitskongress. Also Wahrheitskongress, da sehen Sie die Anmeldung, hier ganz unten steht ja externer Reformer und Berater eines Orga-Teams der Partei, wir2020-partei.de und leider hier oben sehr klein, Musiker, Mediater, psychologischer Berater, Gesundheits- und Präventionsberater, ehemaliger Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, AW. Das bezieht sich auf aktive Weise, das Weltrats- und der Next Scientist for Future, aber auch auf, das ist in doppelt doppelt zu sehen in dem Falle, weil auch da steckt auch das Wort anreizkorrigierte Wissenschaft dahinter, weil sozusagen ich natürlich auch als Mediator der anreizkorrigierten Wissenschaft, sozusagen die anreizkorrigierte Wissenschaft erhebt ja den Anspruch, die einzige echte Wissenschaft der Erde zu sein, denn wir sind ja überflutet worden mit Pseudowissenschaft und Corona ist ja für uns mittlerweile völlig unwichtig geworden, denn wir wussten schon vor Corona, dass unser Gesundheitssystem, unsere Pharmakonzerne, unsere Impf- und Testkonzerne und Mastenkonzerne eine Katastrophe sind, weil sie unter Fehlanreizen natürlich alles Schädliche der Welt mit uns tun, aber das Schöne, das einzig Gute an Corona und der Schweinegrippe ist ja jetzt, dass jetzt mal mehr Menschen verstanden haben, dass wir dringend eine politische Reformierung nicht nur das Gesundheitswesen, sondern der gesamten Gesellschaft brauchen, weil wirklich alles schief läuft. Und das hat jetzt endlich mal mehr Leute begriffen. Und diese Sendung heute Abend, Sie können diese Sendung nur einen Tag sehen. Also der Wahrheitskongress schaltet die Sendung heute Abend nur einen Tag frei. Um 19 Uhr ist die Sendung. Wenn Sie sich rechtzeitig vorher dort anmelden, können Sie die Sendung dann direkt um 19 Uhr anklicken und schauen. Und hier Interviewthema, wie kann eine politische Neustrukturierung aussehen? Im Interview geht es unter anderem um einen ganz neuen politischen Ansatz. Den wollen wir ja genau genommen den Parteien geben, den ganz neuen politischen Ansatz. Und die damit verbundenen 56 Prozent der Wähler stimmen, die eine simulierte Bundestagswahl erbrachte. Und dann, was muss passieren, oh Tippfehler 3S, um eine politische Veränderung einzuleiten? Was muss passieren, um eine politische Veränderung einzuleiten? Ja, natürlich die drei Parteien. Also wir brauchen eine neue große Volkspartei aus den neuen drei Parteien. Und dann die Schlüsselfrage natürlich, was sind parasitäre Meme, beziehungsweise Killerviren des Geistes, beziehungsweise vorteilbringende Tippfehler Irrtümer? Und das ist halt wirklich die Schlüsselfrage. Denn die meisten, praktisch unsere ganze Regierung, weiß überhaupt nicht, was parasitäre Meme sind, was Killerviren des Geistes sind. Denn dann würden sie vielleicht ahnen, dass sie selbst von solchen Killerviren des Geistes befallen sind gerade. Und weiß eben auch nicht, was vorteilbringende Irrtümer ist. Denn sie merkt gar nicht, die Regierung merkt gar nicht, dass sie sozusagen gerade voll ist von vorteilbringenden Irrtümern der Impfindustrie sozusagen. Und das merkt sie nicht. Und das sind eben parasitäre Meme. Man merkt ja nicht, dass man parasitiert wird. Wenn man es bemerken würde, würde man diese Meme ja rausschmeißen aus dem Gehirn. Aber das ist ja die Eigenschaft der parasitären Meme, dass man sie nicht bemerken kann, weil man sie glaubt und sie für Wahrheit hält und sie deswegen freiwillig ins Gehirn einbaut. Ja, also hier steht es nochmal. Ehrenamtlicher Assistent, nextscientistforfuture.de und Weltrat. Wahrheitssuche in Wissenschaft und Praxis ein Leben lang. Auftritte bei Corona-Ausschuss, Kai Stuth, Creative Caravan. Übrigens, die Sendung gibt es noch auf Bitschut bei Kai Stuth. Und natürlich auch, wir haben es alles hier verlinkt, natürlich auch unter den Sendungen finden Sie ja, sofern es sich bei Next Scientist for Future oder News & Talks handelt, finden Sie ja immer den Link zu dem Live-Ticker. Und ja, genau, da finden Sie ja alles. Roger Bittel und so weiter. Externer Reformer und Berater eines Orga-Teams der Partei wir2020-partei.de und zwar in guten Gesprächen mit der Partei EU und die Basis, aber außer guten Gesprächen, hat es noch keine Konsequenzen gemacht, gehabt. Das würde am Ende bedeuten, dass die neue Volkspartei, die wir2020-partei.de werden muss, weil sozusagen es fehlt halt noch so die richtig großen Promis, die sich dazu stellen, aber ohne unsere Reformen hat ja sowieso keine Partei eine Chance, weil dann wird es garantiert, spätestens bei 4,8 Prozent endet dann das Spiel. Ja, und dann ist es Geschichte. Ja, so, und dann schauen wir noch mal kurz hier. Das ist übrigens schon mal, das ist, so sieht es bei unserem Schnitt aus, sozusagen der, der Tool durch die Sender 1, also TDDS 1, so sieht das da aus. Unser Schnitt beginnt so, ja, mit fünf Leuten hier, Moderator, externer Reformer und Parteimitglied, externer Reformer, Parteimitglied, Parteimitglied, Doktor der Physik hier. Und so sieht es dann aus, wenn das dann irgendwann erscheint. Wir warten drauf, dass der Moderator endlich seinen Schnitt fertig hat und dann veröffentlicht. So wird das ungefähr aussehen beim Wahrheitskongress, natürlich mit schönerem Bild heute Abend, also 19 Uhr geht es los und ja, das ist die, ah ja, da zeige ich das gleich mal, wenn ich schon hier bin, zeige ich das mal gleich schon sofort. Es wird immer deutlicher, dass wir sagen müssen, Linksfaschisten und Rechtsfaschisten sind fast identisch. Die Unterschiede sind eigentlich vernachlässigbar. Und zwar, wenn wir uns das hier so als Kugel sehen, Sie sehen ja nur einen Teil der Kugel, aber ich sehe die Kugel ganz. Also dann wäre hier oben, also an der Kugel, Sie sehen ja nur eine abgeflachte Kugel hier oben, das könnten Sie sehen, hier oben ist quasi die Mitte der Gesellschaft. Dann haben wir hier Mitte links, da sehen wir ja die neue Volkspartei der Zukunft, also deswegen grün-rote Farbe, ja. Übrigens, auch die Reformen der Next Scientist for Future konnten in der simulierten Bundestagswahl am wenigsten Stimmen wegnehmen, den Grünen, wegen einer gewissen, gewissen entfernten Nähe. Wir kritisieren zwar auch die Grünen sehr scharf, aber es gibt doch eine gewisse Grundnähe mit den Grünen. Allen anderen Parteien konnten die Next Scientist for Future wesentlich mehr Prozente wegnehmen an Stimmen als den Grünen. Also das bedeutet, also hier Mitte links, da muss die neue Partei sitzen quasi als die neue SPD letztendlich. Ja, bodenständig, vernünftig, aber tausendmal besser als die SPD, weil tausendmal kompetenter, das ist das Ziel, ja. Und hier beginnt dann rechts, ja. Und wenn Sie dann jetzt mal runterlaufen, die Kugel, ja, also hier, also links, dann wird es immer extremer, also das ist hier, wir sind hier die bodenständige Linke, ja, die realistische bodenständige Linke, dann wird es immer extremer, immer verträumter, immer unrealistischer, immer fanatischer, immer mehr radikal, immer mehr verfassungsfeindlich, kriminell verfassungsfeindlich, gewalttätig, faschistoid links, faschistisch links. Und hier trifft es sich mit den Rechten, die, also hier sozusagen, hier, ich fange nochmal oben an, oben beginnt es mit der CDU, mit den rechten Teilen der CDU, dann kommt die Werteunion in der CDU, wird immer weiter rechts, wird immer weltfremder rechts, immer gewaltbereiter, immer schrecklicher und immer verschwörungstheoretischer. Übrigens, das sind ja auch, die Linken sind natürlich genauso verschwörungstheoretisch, denn ihre Verschwörungstheorie sagt, oh, wir müssen die bösen, bösen Reichen umbringen und die Verschwörungstheorie der Rechten lautet, wir müssen die bösen, bösen reichen Juden umbringen. Also so, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Beide sind sie faschistisch, diktatorisch, gewaltbereit und kriminell und Verfassungsfeinde, antidemokratisch und so weiter. Ja, und sozusagen, so müssen wir das darstellen. Also Rechtsfaschisten und Linksfaschisten sind fast identisch. Das wäre in den Krümeln suchen, da überhaupt noch Unterschiede sehen zu wollen. Ja, und hier nochmal diese Kurve hier. Deswegen müssen wir hier eigentlich den Kreis schließen. Rechts- und Linksextremisten sind identisch. Das müssen wir ja also sozusagen hier verbinden. Aber eben von der Intelligenz her sind die Links- und Rechtsextremisten hier die Leute mit den kleinsten Gehirnen, der geringsten Intelligenz, die niedrigsten IQs. Und dann wird das, hier kommt die vernünftige, bodenständige, naturwissenschaftliche, evolutionsbiologische Linke. Dazu gehören wir hier. Hier gehören wir hin. Die Next Scientist for Future. Und dann beginnt das mit den Mitte-Rechts sozusagen. Das hieß hier die CDU. Und dann beginnt schon die rechten Teile der CDU. Und dann kommt die Werteunion in der CDU. Und dann wird es schon richtig braun rechts. Jetzt kommt die AfD. Und die ganzen braunen Dinge kommen dann. Und dann wird es eben richtig faschistisch, rechtsfaschistisch sozusagen, diktatorisch rechtsfaschistisch. Und dann schließt es sich zum Kreis und trifft quasi, ist wieder identisch mit den Linksfaschisten. So müssen wir die, und da ist wieder die Stufe der größten mangelnden Intelligenz erreicht. Ja, und dann haben wir hier, ach so, das sind die Steuerungselemente, die wir vielleicht nach dem Doktor der Physik besser auch Steuerungs- und Messgrößenelemente bezeichnen könnten. Harte Daten, um wirklich eine gemeinwohlorientierte, also echte Variante der Gemeinwohlökonomie herstellen zu können. Ja, Greta Thunberg war ein möglicher, gedachter, eventueller Kooperationspartner, für den wir viele Opfer bereit gewesen wären zu tun. Aber die wollten ja nicht und Pech gehabt. So, und ja, dann sind wir wieder beim World Council of Wise People und dann sind wir wieder bei unserem Bild. Und YouTube muss ja dieses Bild erkennen können. Ja, dann geht es jetzt weiter hier mit den Kurznachrichten. Lauter Versuche der krassen Umverteilung. Also genau genommen ist es so, irgendwie wissen die Leute, dass sie mit Karl Marx und Proletarier aller Länder vereinen nicht euch und Revolution und so weiter. Also die Linksextremisten nicht mehr weiterkommen. Jetzt legen sie sich Tarnmännlichen zu und verkleiden sich als Wolf im Schafspelz. Und Schluck Wasser. und tarnen jetzt quasi den Angriff auf die Reichen und die Leistungsfähigen einer Gesellschaft, tarnen diesen Angriff jetzt hinter lauter Konzepten. Ja, und ich halte ja auch das Economy for Mankind, E4M, da unten steht es, das E4M-Konzept und das BGE-Konzept und das GWÖ-Konzept auch für solche Großangriffe auf die leistungsfähigen und auf die die Arbeitsplatz schaffenden Großinvestoren einer Gesellschaft. Und damit aber auch auf die Überlebensfähigkeit einer Gesellschaft. Denn wenn wir die, also quasi, es sind eigentlich lauter Versuche einer krassen Umverteilung. Zum Beispiel war da bei dem Kongress, bei dem Wahrheitskongress, wo ja heute Abend um 19 Uhr die Sendung ist von Next Scientist for Future mit Next Scientist for Future für einen Tag verfügbar ist dann. Da ist es dann so, dass da von einem Lebensgeld gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob das auch mit Gradido zusammenhängt, über das wir ja auch schon eine Sendung gemacht haben. Immer geht es auch bei diesem Lebensgeld wieder. Nur wäre das Resultat die Austreibung aller leistungsfähigen aus Deutschland. Und dann bleibt die Folge nämlich ein armes Land bleibt zurück. Deutschland auf dem Level von Rumänien und Afrika. Und das ist die Frage, das sind alles getarnte Wege krassester Umverteilung, die so krass ist, dass sich jeder Erfolgreiche in Deutschland, jeder Investor, jeder Arbeitsplatzschaffende überlegen würde sofort, ob er nicht Deutschland so schnell wie möglich den Rücken kehren kann mit seinem Vermögen und so weiter. Warum sollen das bitte schön die leistungsfähigen mitmachen, statt abzuwandern? Ja, wir wollen natürlich die Schere zwischen Arm und Reich zum Schließen bringen. Aber das geht erst als fünfter Schritt aller Reformierung der Welt. Und das geht auch nur freiwillig. Also die Milliardärskönige werden wir durch die Verbesserung der Lebensqualität und des Lebensglückes dazu bringen, dass sie freiwillig von sich aus ihr Vermögen an ihre geliebte Gemeinschaft verschenken. Und dann sind wir wieder im Naturzustand, sozusagen. Aber das dauert. Das kriegen wir doch nicht von heute auf morgen hin. Und wenn wir jetzt geldsüchtigen und machtsüchtigen Menschen ihr Geld entreißen wollen, ja dann verlassen die Deutschland und sind weg. Und dann haben wir gar kein Geld mehr. Ja und dann muss man noch mal erfragen, obwohl uns ja eigentlich Corona nicht mehr interessiert, macht die Evolution eigentlich Fehlkonstruktionen, die ohne Impfung nicht mit Viren umgehen können? Hat die Evolution in den letzten 3,5 Milliarden Jahren, 3.500 Millionen Jahren, es immer noch nicht begriffen, wie man mit Viren und anderen kleinen Dingen fertig wird? Na natürlich hat sie das gelernt. Nur was machen wir? Wir vergiften uns mit krankmachender Ernährung, mit einer landwirtschaftlichen Revolution und 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 und. Vergiften uns mit Luftschadstoffen, mit Chemikalien, mit Giften aller Art. Vergiften unsere Luft, unser Wasser, unser, wobei für mich ja noch lange nicht klar ist, ob das Leitungswasser, das ich hier trinke gerade, ob das nicht doch giftig ist und nur einfach die entscheidenden Gifte nicht gemessen werden, damit das gut aussieht. Deswegen müssen wir ja auch die Wasserwerke einer Reform unterziehen und neue positive Anreize setzen. Anstatt dass wir die Ernährungsvergiftung und die Luftvergiftung und die Wasservergiftung beenden und die Vergiftung unserer Lebensweise und unseres natürlichen Lebensstiles beenden, macht sich eine Profitindustrie unentbehrlich und alle machen mit. Alle machen mit, außer den Aufgewachten, also den positiv Aufgewachten. Ich meine damit nicht diese Rechtsradikalen oder Reichsbürger Aufgewachten, also damit kann man mich jagen. Ja, dann haben wir die Sparten Sozial und NGOs. Ja, also die NGOs-Sparte, das sind all die, wo die Leute gutes Geld kassieren dafür, dass sie andere Menschen zum Anbetteln und zu Spenden bewegen, von denen sie dann Gelder für sich abzweigen, mehr oder weniger viel sozusagen und dafür manipulieren sie die Menschheit ohne böse Absicht, sie glauben selbst an bestimmte sozusagen vorteilbringende Irrtümer, an Killerviren des Geistes, nämlich dass das Wichtigste für Menschen sei, sich immer um die ganze Welt zu kümmern, aber bloß nicht um den Nachbarn. Dass es das Wichtigste sei, sich um alle Tiere in der Welt zu kümmern, alles andere in der Welt zu kümmern, die ganze Erde zu kümmern, aber bloß nicht um das Wohlergehen der Nachbarn und damit betteln sie mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, betteln sie die Bevölkerung an, betteln dadurch Spenden und die Spenden von denen leben sie ganz gut dann. Das ist also die Sparte der NGOs oder NGO-Sparten. Und die Sozialsparten, die leben davon, dass sie sozusagen ihre Killerviren des Geistes, ihre vorteilbringenden Irrtümer, dass die sich ausbreiten in die gesamte Gesellschaft und diese haben dann, also diese beiden Sparten, Sozial- und NGO's und die Sozialsparte lebt ja davon, dass sie sich möglichst viel Kundschaft erhält und damit ist die Sozialsparten eine der Hauptursachen für Massenarbeitslosigkeit und deren Erhaltung und für Massenobdachlosigkeit und Erhaltung sonstiger Sozialfälle. Das heißt also, die Sparten Sozial- und NGO haben die Linken, die mal früher echte Linken vielleicht mal waren, schon lange nicht mehr sind, unterwandert und durch parasitäre Meme, durch Killerviren des Geistes in Pseudolinke verwandelt, die ihnen Kundschaft verschaffen. Und wir als evolutionsbiologische Bodenständige echte Linke erkennen, aha, die vorteilbringenden Irrtümer haben die Pseudolinken dazu gebracht, an Mindestlohn zu glauben, an Tariflöhne, an Gewerkschaften und an diese Weltorientierung zu glauben, wie an eine neue Zeugen Jehovas Religion sozusagen. Und das ist alles ein Fehler, der Linke, der ehemalige 68er Professor Hans-Werner Sinn, weswegen wir ja ihn, nochmal auf das Bild, empfehlen, unser Tipp ist ja, Professor Hans-Werner Sinn, den ehemaligen 68er als externen Reformer mit hinzuzuziehen, einzuladen zu den Parteiprogrammverhandlungen und genauso den Wirtschaftsweisen Achim Truger, denn der kann dort dann gerne seine gewerkschaftliche Orientierung als, ja, ich würde ihn als Pseudolinken, Volkswirtschaftswissenschaft, Volkswirtschaftler bezeichnen, kann dort seine Gewerkschaftsorientierung verteidigen gegen Professor Hans-Werner Sinn, der ja ganz klar sagt, dass der Mindestlohn ein Fehler ist, ja, ein Riesenfehler ist und dass die Hartz-IV-Regelung von Schröder eine hochsoziale Politik war, weil sie Millionen Menschen in Arbeit gebracht hat und sozusagen dem Zugriff der Sozialspartler entzogen hat, sozusagen, und indem er nämlich die Verwöhnung reduziert hat in der Gesellschaft als einen der Hauptfaktoren der Erhaltung von Massen von Arbeitslosen, ja, also ich wäre gespannt auf dieses Duell zwischen den Next Scientists for Future, Professor Hans-Werner Sinn und dem Wirtschaftsweisen Achim Truger vom Sachverständigen Rat der Bundesregierung, ja, da wäre ich gespannt drauf, übrigens, Professor Sinn und Truger waren ja beide bei Thilo Jung und sind dort zu sehen, das sind sozusagen die externen Reformer, die wir noch empfehlen können, als externe unabhängige Berater dazu zu ziehen, weil die wirklich noch ein bisschen was drauf haben, ne, also, ja, dann haben wir, ja, ach so, hier steht ja nochmal neue große Volkspartei, Prognose 56%, Prognose aufgrund der simulierten Bundestagswahl, natürlich nur unter den Bedingungen, dass wenigstens große Teile, dass nicht allzu viel übernommen wird von GWÖ, BGE, EVM, ja, sondern auch große Teile von Next S4F übernommen werden, ja, dann gelten diese Prognose von 56% und wir brauchen ja nur 28% um den Kanzler zu stellen und nur 20% um als Koalitionspartner mitzuregieren bei der nächsten Bundesregierung, aber dafür müssen wir dann auch liebevoll und positiv und freundlich mit der CDU und den Grünen umgehen, ja, also Attacke ist da nicht angesagt, ne, äh, äh, ja, ja, das war's doch schon, also noch einmal, weil es so wichtig ist, die vorteilbringenden Irrtümer der Spaten Sozial, äh, Sozial und NGOs verseuchten, die Linke machten sie zur Pseudolink, die mit Mindestlohn, Tariflohn, Gewerkschaften, großem Hartz IV, äh, großem BGE, bedingungslosen Grundeinkümmern äh, und mit Kümmern um die Welt statt um die Nachbarn Pseudolinke erzeugt haben und diese Pseudolinken sind jetzt die größte Gefahr für die Gesellschaft insgesamt geworden, die sind ja, die sind ja noch viel gefährlicher als die Pharma, Impftest und Mastenindustrie, deren Gefährlichkeit jetzt große Teile der Bevölkerung ja endlich erkannt haben, sogar RTL West sozusagen und die Bildzeitung hatte das erkannt und so weiter also ja Pseudo und die Pseudolinke erzeugt Massen an Arbeitslosen und Obdachlosen und Sozialfällen als Dauerkünden für die Sozialsparten ja und das ist das Dilemma in dem das Ganze steckt ja und die Pseudolinke erzeugt eben auch Spender für den Geldbeutel der NGO Geschäftsführer sodass die richtig schön da sich aus den Kassen ja aus den Kassen ihre Gehälter beziehen können ob da immer alles mit den rechten Dingen zugeht das weiß ja keiner das können ja nur Gerichte prüfen sozusagen ja ja und dann wenn alle so fanatisch sind bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens und die Next Scientists for Future sind ja auch so intern gibt es ja beim Weltrat zwei widerstreitende Professoren der eine sagt wir sollten noch nicht mal ein mini bedingungsloses Grundeinkommen einführen weil wir diese natürliche Grundangst nicht beseitigen sollten und der andere sagt nein die Menschen sind wie Katzen und als Katzen sozusagen gehen sie auch zur Arbeit und auf die Jagd wenn sie satt sind weil sie einfach Spaß haben an der Arbeit und deswegen wäre dann ein großes bedingungsloses Grundeinkommen nicht gefährlich aber wie wäre es denn mit einem Kompromiss wir führen ein mini BGE ein mini bedingungsloses Grundeinkommen das die Menschen völlig angstfrei stellt also ohne jegliche Grundangst ohne gesunde Angst und dann in einer Region führen wir das einmalig ein für alle jetzt ab 18 lebenslang und für alle anderen nicht also für alle die danach kommen nicht die jetzt Kinder sind oder die ungeborenen nicht dann haben wir für eine begrenzte Zeit eventuell eine ruinierte Region oder eine aufblühende Region und das werden wir dann wird dann genau untersucht und dann wird man ja sehen was es bringt oder nicht bringt und wenn dann das mini BGE richtig gut was bringt dann würden sicherlich die next scientists for future auch mit über ein großes BGE mit sich reden lassen ja gut ich glaube das war's schon also heute Abend nicht verpassen 19 Uhr Wahrheitskongress und im besten Sender der Welt News und Talks Playlist 4 am Ende die interessanten neuen Sendungen schauen nicht entgehen lassen ja tschüssi bis bald tschüssi